Guten Tag Leute, nachdem ich mich im letzten Part ein bisschen sehr aufgeregt habe, ein bisschen ist es gut, wegen diesem verdammten Schloss bin ich jetzt zur Hoffnung gekommen, dass es diesmal besser laufen wird. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Kein Kommentar. Achso, stimmt. Erst dich töten und dann laufen. Ah, ich habe mitgedacht. So, hier stehen bleiben, warten. Warum? Nein, diesmal werde ich mich nicht aufregen. Nein. Ich mag diese Burg definitiv nicht. Ich hasse sie. Ich hasse sie wirklich. Das ist schließlich auch die beschissenste Burg aus dem gesamten Spiel, schätze ich mal. Nach vielleicht Bowser's Castle. Verzeihung. Ja, das war klar. Das war klar. Pass auf, beim Geisterhaus darf ich starten. Leckt mich am Arsch. Leckt mich am Arsch. Oh, das habt ihr gerade gar nicht gesehen. Nein, das, äh, hm. Ja, jetzt sind wir wieder da. Äh, ja. Wir versuchen diese Burg zum siebten, sechsten, achten, neunten, zehnten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall zum extremsten Mal. Und sollte ich das in dem Part auch nicht schaffen, werde ich den Part auch nicht hochladen. Aber ich bin optimistisch, dass ich es schaffen werde. Äh, 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 ja, so, so definitiv nicht. Eigentlich hatte ich, äh, naja, äh, 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 ich, ich zeig euch, was ich machen wollte. Das sowieso. Äh, ja, die letzten Parts liefen sprachlich bei mir zumindest ein bisschen besser, weil ich da nicht immer so geschockt war, dass diese Burg so scheiße ist. Tod. So. Diesmal verrecke ich nicht. Ich werde nicht verrecken. Wenn der kommt, doch. Was war das? Ich hab ihn getötet! Und bin gestorben? Ähm. Ich schaff das. Ich schaff die Burg noch. Dies nur. Dies doch gar nicht so schwer, Mann. Sie ist nur scheiße. Mehr, mehr ist das überhaupt nicht. Das ist, das ist überhaupt nicht schwer, Schwier, Schwierigkeit oder irgendwas. Nein, ich stell mich einfach nur zu doof an. Ja, ich weiß. Und ich schätze mal, jetzt werden auch etliche Leute gucken und sagen, oh mein Gott, was für ein Noob ist das, schafft das nicht mehr, hier hoch zu springen. Geht doch. Geht doch. Na komm, und tschüss. Hey! Oh, das ist immer gut ein Leben. Fegt euch. Gut, dass ich jetzt hier bin. Scheiße, ich muss pausieren. So, zurück aus der Pause und weiter geht's. Ja, meine, also, mein Vater hat gerade angerufen und das wollte ich nicht gerne auf der Aufnahme haben. Und es sieht gut aus, dass ich diesmal diese schöne Burg scha- Der A-Knopf geht nicht. Der A-Knopf. Mann! Oh, nee, ne? Ich dachte, man kommt immer da raus, wo das Leben ist. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal verrecke, dann muss ich wieder alles von vorne machen. und dann war ich gar nicht los. Nein! Es wird doch bestimmt irgendwo ein Level geben, wo man richtig gut Leben abräumen kann, oder? Mann! Diese Burg, die schafft mich. Die schafft mich wirklich. So, da hoch. Warten, warten. Da, 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 da. Na komm, komm, komm. Und tschüss. Ja. Ja. Na, uah! Feuerball und abwärts. Oh, wie schön. Äh, nein, ich warte hier lieber. Oh Gott. Ah, das wird schlimm. Das wird richtig schlimm. Wow. Bro. Wehe, du fällst da jetzt rein. Müsste doch eigentlich bald geschafft sein. So ne Burg kann doch nicht so lang sein. Oh, ja. Na, das ist schon mal super. Stirb. Wo kommt der denn her? Ich hab's geschafft. Ich hab's, ich hab's bis hierhin geschafft. Gut. Und ab dafür. Nein, der. Lemmy Cooper, oder wie er heißt. Nein! Habt ihr irgendwas gesehen? Nein. Ich glaub nicht. Verdammte Axt hier. Es kann doch nicht sein, dass ich einen ganzen Part, beziehungsweise inzwischen schon fast zwei Parts, an ein und derselben Burg hänge. Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Wow. So. Bier! So. Geht doch. Wow. Na, komm hier runter. Ich will nämlich die Mittelleitplanker haben. So. Drifter und Rinder. So. Ich hab's dazugelernt. Na, je. Mann! Geht doch. Na, da, 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 da. Ja. Ich bin grad, äh, ich weiß nicht worüber ich spreche jetzt, aber ich bin grad so außer mir wegen dieser Borg. Sie ist so ein Dreck. So ein Dreck. Das macht nicht Spaß, wenn man so lange an ein und demselben Level hängt. Aber hey, das ist doch der Sinn eines Spiels, dass man die Motivation nicht verliert. Na ja, aber wenigstens die Musik ist gut. Das ist doch schon mal was. Pilz geschnitten. Hm, schlechte Idee. Ah, Matsch! Ja, hoffentlich schaffe ich's in diesem Part. Ich hoffe es. Oh! Ich hoffe wirklich, dass ich's schaffe. Ich hab Vertrauen. Ja, komm, 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 komm. Geh da hoch, geh da hoch, geh da hoch. Stirb. Stirb. Hm. Ob man ihn so auch töten kann? Mir scheißegal. Und durch da! Und diesmal nicht von diesem... komischen Teil treffen lassen. Dum, bum, ba-da-dum, ba-da-dum. Das Feuerteil, das nervt eigentlich am meisten. Ich bin ihm voll ins Gesicht... Stirb! Geschafft! 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 Ah. Das tut gut. Das tut gut. Boah. So, Leute. Ich hab's tatsächlich geschafft. Jetzt kann's nur noch besser werden. Oh, jetzt kommt schon die Szene mit dem Hammer. Mario has triumphed over Lemmy Cooper of Castle 3. Marios Guest is starting to get... Quest. Okay. Quest is starting to get much more difficult. Have you found the red and green switches yet? Rein zufälligerweise... Ja. Sehr schön. Gut. Dann macht das Spiel auch wieder Spaß. Tschüss, Vanilla Dome. Continue and save. Das tut gut. Das tut richtig gut. Oh, jetzt kommt die Brücke. Cheese Bridge Area. Hm. Käse. Oh. Wieso freu' ich mich? Weil's keine Brücke... Ist. Ja, an das Level kann ich mich noch einigermaßen erinnern. Hier muss man absolut aufpassen. Dum 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 Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also bis jetzt ist es nicht gerade anspruchsvoll, wenn ich das mal so sagen darf. Und Schisssäge. Ha. Oh, was? Nein, das war doof. Das war echt doof. Scheiße. Aber zum Glück starten wir von da aus, ja. Aber ich frage mich echt, was... Was bringen die... Ach, die Flügel sind für Yoshi. Aber ich habe keinen Yoshi. Und das ist schlecht. Ja. Ich bin gerade ein bisschen ruhig, weil ich ziemlich abgelenkt von der Musik bin. Und auch das Level ein bisschen Konzentration erfordert. Ja. Boah, knapp. So. Verzeihung. Ah. Das ist so schön, dass die Level... Dass ich diese Scheißburg geschafft habe. Dass ich jetzt endlich weitermachen kann. Das tut richtig gut. Und ich habe keinen Plan, wie ich da drüben... Oh, doch. Ich habe es. Aber ich bin mir nicht schlüssig, ob ich das mache. Cookie Mountain. Kekse... 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 Keksberg. Also eine Anzahl an Gegner scheitert es nicht. Oh nein. Oh nein, Zoom-Ringer. Nein! Was zum... Die scheißen Blütze. Ha, ha, ha. Wow. Okay. Ja, ich habe gerade wirklich wenig zu erzählen. Äh, außer, dass ich jetzt verrecken werde. So ein Mist. Ich kann sie ja alle einfach da runter lenken. Dann rennt er hier lang und... Ich sterbe. Ha! Das war doch wohl... Gekon... Das war gekonnt. Nein! So, Leute. Ich denke, ich habe auch nicht mehr so viel Zeit. Hiermit verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Part. Und entschuldigt mir nochmal die Ausraster vom letzten Part. Ja, das war schon ein bisschen sehr krass. Und, äh, schaut euch gerne mal all meine anderen Videos an. Aber ich mache jetzt erstmal Pause. Bis dann, euer Renji LP. Tschüss!